Geschätzte Fahrgäste, aus technischen Gründen wird die Innenbeleuchtung kurz ausgeschaltet. Wir bitten Sie um Entschuldigung. Mesdames et Messieurs, pour des raisons techniques, l'éclairage interne doit être éteint pour quelques instants. Nous vous prions de nous en excuser. Ladies and Gentlemen, for technical reasons, the interior lighting will be turned off for a moment. We apologize for the inconvenience.